Und damit will... Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Film von Minecraft Story Mode! Genau, das ist der Raum, den wir beim letzten Mal gefunden haben, oder diese Halle, mit 10.000 verschiedenen Portalen, die uns, was weiß ich, wohin führen könnten. Ich will alle davon ausprobieren, jedes einzelne. Aber zuerst, so wie es aussieht, dann das Portal des Mysteriums. Graveyard? Ja. Oh! Oh! Was ist passiert? Ja. Aha. Aha. Weißt du, wir machen jetzt jedes Mal so eine neue Adventure in einer neuen Welt pro Episode? Immer mit anderen Gegnern? Oder wird diese Aiden-Story jetzt fortgesetzt? Ich glaube nicht, dass die uns gefolgt sind. Oh, ja. Okay, und das war schon unser erster Schatz. Perfekt. Ein Buch. Bitte, was ist ein Wälzer? Dankeschön für die Antwort. Das ist für mich ein Buch. Es war doch gescriptet. Ich frage mich sowieso, in welcher Welt wir gelandet sind. Also sowieso auch, dass es verschiedene Minecraft-Welten gibt. Macht ja irgendwie auch Sinn. Also irgendwie so Parallel-Universen-like. Oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Frag mich, wer das geschrieben hat. Bye. Bist du jetzt nicht? Nee, mir fällt niemand ein. Es könnte eine Falle sein. Also ich glaube nicht, dass Aiden uns überholt hat oder so. Kann aber auch sein, dass er in einem anderen Portal rausgelassen wurde. Also ich persönlich gehe davon aus, dass sie uns gefolgt sind und durch so ein Portal gegangen sind. Wow. Also ich kann mir vorstellen, dass Aiden jetzt versucht, diese Welt zu übernehmen. Die Wette gilt. Renn, 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 Renn. Okay, die Menschen sieht sehr cool aus. Das sind sehr laute Geräusche. In Zusammenarbeit mit Mojang Minecraft Story Mode Episode 6. Also halt. Ja, doch. Das ist mein cooles Feature. Ich muss ja ausweichen, gell? Ich bin gesprungen. Künstlerische Leitung von Mark. Der Hammer. Und Jeff Parrott hat hier die ganzen Surroundings gebastelt. Vielen Dank. Und die Animation von Jeff Zeri oder Sache. Okay. Hättest du sie mal in 60 Frames machen können, wäre ich froh mit. Aber nun gut. Das Spiel ist mega. Also. Die Grafik kann man verbessern. Das war's. Ich hab doch gespammt. Okay, wir haben's. Wir haben's. Das war knapp, I think. Oh, wir sind auch da. Oh, halt fast. Warum springen die von da oben runter? No Skeletons. Ausweichen ist jetzt auch schon. Boom. Da kommen sie von der Seite. Ey. Die Episoden fangen aber auch immer das Todes episch an. Ich hab nach oben gedrückt. Also das find ich der Wahnsinn. Wie viele Innovationen in den ersten 5 Minuten so drin sind. Ich spamme. Wir sind oben. Wir haben auch noch die Rüstung an. Wäre gar nicht aufgefallen. Die, die wir ausgesucht haben. Und der Soundtrack ist von Antimo und Wallace. Ich find der Soundtrack ist cool. For real, es gefällt mir. Ja, doch. Ich bin auch dafür, dass wir reingehen. Sicher ist sicher. Oder nicht? Also ich bin... Ich hab nix gesagt, komm. Also... Das ist halt auch echt... Also jetzt stell ich mal vor, das wäre so im echten Minecraft so. Ihr würdet hier nicht durchkommen. Nicht mal mit nem Dia-Schwert. Also ihr könnt jetzt wegrennen. Aber das sind halt so viele Zombies. Nee. Nee. Das macht Sinn. Das ist ein unheimlicher Typ am Fenster. Ich bin mir sicher, mit Farben kann man alles färben. Also ich mein ja bloß. Fenster. Ich glaub da hat man ein zeitliches Limit. Wenn die Zombies da sind, ist es vielleicht nicht so gut, wenn man da noch rumsteht. Aber ich weiß das nicht. Ich bin ja unwissend. Dieses sehr realistische Auf- und Abbauen. Wahnsinn. Smash. Ja, ich weiß auch nicht, ob der so gut ist, weil der hat einen weißen Kürbis. Jetzt kommt das ein bisschen weird. Aber nur gut. Ich will mich darüber jetzt einfach mal nicht beschweren, ja? Gut. Ich glaube, wir können ein paar Mal nicht beschweren, wenn du es nicht beschweren hast. Ich glaube, wir können ein paar Mal nicht beschweren, wenn du es nicht beschweren hast. Wir sind nicht die Gastgeber. Wir sind nicht die Gastgeber. Okay, ich bin überfordert. Ich bin überfordert. No, I'm afraid we're not the ones behind this either. This is Tort Dog. Sir. And I'm Captain Sparkles. Though, maybe you know that already. Captain Sparkles? I've got like 9 million fans. Captain Sparkles? Ich sag's dir, die kommen aus unserer Welt. Ich sag's dir, die ich nicht. Sorry, aber mein Name ist Jesse. Und das ist Lukas, Petra und Ivor. Charmed. Jesse? Das ist eine Frau. Was sind Sie, in der Fall? Was sind Sie, in der Fall? Ein Kindes von Lose-Patröl? Tuck Tuck. Ich sag dir, wir kommen alle aus einer anderen Welt. Ich hab irgendwie das Gefühl, das sind so, like, Pauschspieler oder so. Also halt, ihr wisst, was ich mein? Pauschspieler oder so einfach jemand, der sehr bekannt ist in unserer Welt? Wenn die aus unserer Welt kommen, es tut mir leid, ich kenn die wirklich nicht. Wenn sie nicht aus unserer Welt kommen, umso besser. Aber die sehen halt aus, als wären sie so Stars halt. Jetzt wird das Ganze ja noch ein Horror-Game oder was? Bigger dog? Hey, Jesse. Jesse, komm hier. You've got a... a girl's name. Kennt ihr diese typischen Filme, in denen das Licht ausgeht, jemand ist tot und das Licht geht wieder an und einer der Leute, mit denen wir im Raum sind, ist der Mörder. Ich glaube, so ein Konzept ist das. Aber du gut, ich will jetzt mal nichts dazu sagen. Bis jetzt finde ich es noch. Wie ist es? Das war Sparkles. Wie kann man Fackeln ausscheiden? Die sind ja nicht per Redstone oder so gesteuert. Ja, ich fand das nicht so schön. Das war's. Das ist ziemlich was man erwartet, ich glaube. Wer würde das machen? Da ist der Schwerkdorf, der Twerkdorf aufgerissen hat. Sieht sich ein Stift mit dem Aero-Dispenser an. Aber du hast ihn gesehen. Er hat nichts wirklich wert. Vielleicht wäre es einfach um die Wahrheit zu verwenden. Es ist sehr creepy Aber Giftpfeile Potionist Arrows Ja gut, das Spiel ist schon etwas älter Mittlerweile sind Potionist Arrows schon länger im Spiel drin Okay Okay Die zwei Guys Kommen aus unserer Welt Bitte judged mich nicht, wenn ich nicht weiß, wer die sind Ja Und es sind beides YouTuber Er hat dazu gesehen, wie man Pfeile in Minecraft macht Hey, be random Es wird weird Das Rot sieht sehr bedrohlich aus Der wäre ein Hogwarts Erstmal waren es die Porträte der Menschen, die bereits hier sind, dann Puf! Du Guys Wow, das ist nicht erwartet Ja, keine Schmerzen Sie sind absolut exquizit Perfekt Sind das YouTuber, die man kennt? Bitte sagt mir nicht, dass das Leute sind, die man kennt Oder Entwickler von dem Spiel Das wäre noch vertretbar Oh, I hope there's cake Guess not Come on, let's do this Come on, Winslow Man, ich weiß es nicht Und ich... Oh, sehr unangenehm Mache es denn, dass du Leute so mit 500 Milliarden Abonnenten Gut, ich kenn die nicht Und ich kenn die nicht You guys already met Cassie Rose und LD Shadow Lady But my friends call me Lizzy LD Shadow Lady LD Shadow Lady LD... Nein Leute Sechs Millionen Abonnenten Leute, das sind... Okay Warum bin ich nicht in dem Spiel? Okay, also wir haben... Echte YouTuber In Video... In Minecraft Story Mode reinprogrammiert Minecraft YouTuber, die man kennt Weil sie mehrere Millionen Abonnenten haben Nur ich kenn sie halt mal wieder nicht Das ist ja mal wieder typisch Okay Also Kann es sein, dass das Ninja ist? Wenn nicht Es tut mir leid Torque Dog Is dead Torque Dog Leute, ich muss das jetzt mal googeln Ich kenn die doch alle nicht, man Oh Oh Fuck Dog Okay, das ist ein Entwickler von Minecraft Story Mode Okay Okay Alles gut Das ist nur ein Entwickler Aber immerhin, ich hab das schon so erahnt Ich weiß es nicht Ich bin mir sicher Also dieses blauen Haare Erkenn ich Wow Wie kannst du das sagen? Was? Das ist eine valide Frage Wow Komm her Komm her Komm her Don't get greedy Just I want to know Sag die die... Also Story? Die spielen gerade Minecraft Und das ist halt so ein RPG Game oder so Die machen einfach Oh mein Gott, würde ich mich geehrt fühlen, wenn ich ins Videospiel wäre Wenn einer von euch Videospieler Entwickler ist Bitte schön Wer ist der in dem roten Ding? Das kommt mir bekannt vor Oh Oh, Entschuldigung Oh mein Gott Dan ist richtig Wer das macht, könnte uns schütten Wir schütten Hey, ich weiß nicht, welcher Gefahr Sie sich in dennoch zusammengebracht haben Aber wir haben gerade dich kennengelernt Also Ich denke, das ist nicht mein Problem Well Wir sind alle in diesem Haus Also Ist das dein Problem auch? Oh All diese Gefahr Die Stimme kommt mir auch bekannt vor Ich weiß nicht, ob die extra Rollensprecher dafür geholt haben Aber Auch das Das ist er Ich würde erstmal gerne wissen, wer alle die Leute sind Das wäre schon schön Detective Jesse Gefühle ich Dan Dan Wir reden mit Dan Mit Dan Lizzy Oh Uh Hello Hi there If you don't mind I actually had some questions about this Torkdog situation Yeah Go ahead Ich bin Also ich bin überfordert Aber irgendwie bei sich Und Die Folge wird auf jeden Fall weitergehen Ich werde jetzt hier nicht beenden Nehm noch eine Folge danach auf jeden Fall auf Was kann ich mir denn mitmachen? Ich habe mich sehr interessiert in seeing Torkdog's inventory Ich habe eine Idee, warum? Ein Adventurer wie ihn? Er könnte sich mit allem coolen Sachen haben Uh huh Das ist ein sehr wichtiges Das ist ein rätes Wicht, das Torkdog hat Was kannst du mir erzählen? Wir wissen genau nicht Wir wissen nicht genau Ja, sorry Du, du bist kein Talk-Doc-Fan. Weiß nicht, er ist Entwickler des Spiels, der programmiert euch raus, wenn ihr das weiterhin sagt. Das ist gerade mega spannend. Ich weiß nicht, warum. Meine Lieblings-Episode bis jetzt, Leute. Sparkle. Google noch kurz nach Captain Sparkles. Ah, ja. Das ist nicht so schlimm. Er hat nur 11 Millionen Abonnenten. Jetzt bin ich doch zu wenig in der englischen Minecraft-Szene drin. Also, ich bin sehr viel in englischer Szene drin. Also, halt amerikanisch, englisch, however. Aber nicht in der Minecraft-Szene. Ich sag's euch, der Böse, wenn ich mit dem Curious, ist ein Mambo-Jumbo oder Half-Asian-Guy-Typ da. Wie heißt der? Oder Dream. Ey, wenn Dream nicht drin ist, dann haben sie echt... Sie ist so ein bisschen darin verkörpern. Sparkles, Cassie, Winslow. Okay, es ist nicht Ninja. Ninja heißt nicht Dan, der heißt Richard. Ja, ich wollte, dass du noch mal ganz kurz, ähm, also halt, ähm, überprüft. Stampy, Cat und Stacey Plays. Also, die Namen sind ja schon auffällig, ja? Warum Jessie nicht da raufkommt, ich weiß es nicht. Wir befragen noch die und dann muss ich die Folge beenden. Was, was war in seinem Inventar? Stacey, du bist ziemlich interessiert, was in Torkdog's Inventarie war. Was ist mit dem? Well, Torkdog war ein ziemlich notorious Thief. Ich war nur interessiert, was er hatte. Das ist es. Mhm. Äh, 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 äh. Äh, 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 ähm, äh, 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 äh. Kaaba helped Boothe. Ich google das jetzt immer nebenbei kurz. Erzhaft sind das echt so große Namen? Oh. Ich komme immer dummer vor. Jetzt habe ich mich an. Ich habe mich an. Warum ist jeder so secretive über diese Sache? Was ist die große Sache? Ich habe mich an. Es ist ein Tempel, in der Mitte des Nichts. Niemand weiß, wer hat es gebaut, aber es ist hier immer wieder. Die Leute haben versucht, die Tempel zu lösen, denn sie wollen diese Träger, in der Supposal, tief in die Basement. Es sieht einfach wie ein Ordinary Flint & Steel, aber es ist eigentlich super rare. Es hat dieses Enchantment auf es... Es kann öffnen Portals zu anderen Worlds? Genau! Wait, was? Du kennst das Enchanted Flint & Steel? How did you know that? I actually have one of my own. I actually have one of my own. Really? Yeah, I do. Just use it a little while ago to get... No, just put that away. You can't just pull that out here. Okay. You know, I had a theory about why you were here, and I think this might just prove it. Yeah... Everyone? Everyone? We've all been freaking out, wondering why we were all brought here. Why... Torque Dog died? And Jesse has just uncovered a very important clue. What? Really? Whoever killed Torque Dog. Whoever invited us. They're after the Enchanted Flint & Steel. You can see it all at all! Ah... Sparkles? What just happened?! Stumpy! Stumpy! Bring yourself together! Sparcles! Nee, I press it all out! Sparcles! Even if I have to resort To murder Warpahm again, Warpahm again White pumpkin Too cute to die There goes Sparkles There goes Sparkles No, 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 there's nothing What's going on, no, no, no Whoa, 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 hang on, hang on This is awful, terrible Who was that guy? And there's no such thing as white pumpkins The white pumpkins hanging all over the place I don't like it, I really don't I actually saw him in the window When we first got here You mean he's been in here the whole time? I'm so getting out of here So much for a nice dinner party I don't like the sound of that Das ist for real Wirklich gut gemacht Also wirklich genial Diese creepy Horror Elemente sind so gut gemacht Oh mein Gott Das ist der Wahnsinn Das ist ein skriptastisches Meisterwerk So we're stuck in here And if we're stuck in here We're all doomed I thought I heard Sparkles say something about a flint and steel Oh, please don't bring that up again Well, obviously TalkDog didn't steal it Okay, but who then? Uh, Jessie? And this is Eivor Well, I guess I'm next then Nope, not happening Yeah, that's what I'm trying to do I'm scared Terrified, Jessie This white pumpkin is doing things I can't explain And now it appears that he wants to kill me So, yes Very scared Well, I'm sure there's a perfectly logical explanation for how the white pumpkin is doing all this I mean, the whole place has got to be rigged with traps, right? Twerk Dog Trap Sparkles Trap All right Überfordert Aber Wie dieses ganze YouTube-Adventure However weitergeht Sehen wir in der nächsten Episode Wenn euch das Ganze gefallen hat Dann zeigt das noch mit einer positiven Bewertung Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal